Schatz-Miau Hm, hier nicht. Äh, 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 ihr kommt dem Schatz schon näher. Hm, wo haben wir noch nicht gesucht? Schauen wir unter dem Laubhaufen. Oh ja, Pfötchen, toll. Du hast den Schatz. Gutes Versteck, Radkatz. Danke, der Laubhaufen war schon da. Es war leicht, ein Versteck zu finden. Wow, da ist überall Laub. Das ist so, weil die Jahreszeiten sich ändern. Ich liebe all diese Farben. Hi, Pandy. Hi, Gabby. Hi, Babybox. Oh nein, was ist denn, Benni? Benni quiggelt heute ein bisschen. Mit etwas frischer Luft wird es ihm besser gehen. Oh, ich glaube, die frische Luft hat ihn aufgeheitert. Oder es war das Kindergeräusch des Laubs. Wenn Benni das mag, sollten wir noch mehr Laub finden, über das wir mit dem Kinderwagen fahren können. Oh, gute Idee, Gabby. Seht ihr einen Laubhaufen? Hier ist einer. Oh, das gefällt ihm. Seht ihr hier irgendwo noch mehr Laubhaufen? Schaut mal, ein noch größerer Laubhaufen. Es gibt so viele Blätter, die knistern. Mal sehen, ob wir noch mehr finden können. Das wird ein Laubknister-Abenteuer. Los geht's. Super. Juhu. Hatscha. Schau dir die Laubhaufen an. Du hast den Jackpot geknackt, Benni. Hallo, Mietze-Katzen. Was macht ihr gerade? Hi, DJ Katzenminze. Wir lassen Laub knistern, um Benni Box aufzuheitern. Er hört das gerne. Ich auch. Oh, ich habe gerade Musik gemacht, um den Herbst zu feiern. Mir fehlt ein Geräusch. Und knisterndes Laub könnte perfekt sein. Kann ich dich aufnehmen? Aber klar. Ich denke, Benni freut sich sehr, Laubmusik zu machen. Also gut, dann groove ich mal los. Ich spiele Musik und wenn ich aufhöre, musst du das Laub knistern lassen. Wir sind soweit. Prima. Und gleich nochmal. Toll. Und noch einmal. Oh yeah. Ihr wisst echt, wie man groovt. Ich danke euch. Gern geschehen, DJ Katzenminze. Wer hätte gedacht, dass man mit Laub ein Spiel machen kann? Und Musik machen kann. Also gut, lasst uns zu unserer Laubmusik grooven. Wir haben Musik gemacht und Benni Box aufgeheitert. Ein katztastischer Tag. Wir haben eine sch Regularast. Wenn man sich Analytics in dem Sch explained kann aus, könnt ihr maliłkommen. Wir haben ihn gedacht. Und gerne stimalte. Tschüss. Innen Laubmusik. Tschüss. Tschüss. Tschüss.